Und hallo, herzlich willkommen zur neuen Episode des WUCP-Podcasts, zusammen mit mir, Finn und... Mia, David. Krank. Genau, ich bin auch dabei. Ja, gewohntes Bild, also nicht Bild, ihr wisst, was ich meine. Ja, richtig, Ablauf ist wie immer der gleiche und... Ja, wir sind immer noch in Liga, wir sind immer noch, äh, wir übernehmen immer noch Liga 3 und 4. Überraschung, nächste Woche wird's vielleicht ein bisschen was anderes sein, da dürft ihr euch vielleicht mal andere Menschen vergnügen, die sich hier Liga 3 und 4 antun. Und vielleicht sind wir ganz eventuell, machen dann Liga 1 und 2, aber das seht ihr dann. Doch, 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 aber das ist egal, das wissen die jetzt nicht. Oh, ich hab's gespoilert, oh nein. Ähm, egal. Äh, ja, ich würd' jetzt sagen, wir fangen einfach schon direkt an, uns über die Matchups zu unterhalten. Matchups, die wir haben, Spieltag 3 ist angesagt. Äh, ja, du... Was fällt dir so auf? Achso, ja, du solltest dir erstmal vortragen, das wäre eine Idee tatsächlich. Alles klar, an Spieltag 3 treffen Cedar und Sabarbon aufeinander. Karo spielt gegen Leafstorm, Shiny spielt gegen Rolle, Mintendo gegen Linkloyan, das ist ein Top-Duel by the way, und Stefan gegen CO. Ähm, ja, was fällt dir so auf? Was mir auffällt direkt am Anfang ist, dass Cedar und Sabarion, kann ganz lustig sein, da beide letzte Season ordentlich abgekackt haben und mit ordentlich abgekackt haben, meine ich Platz 10 und Platz 9 am Ende der Tabelle. Und da ist das mal das letzte Saison-Kellerduell und Sabarion hat jetzt immerhin schon Sieg, Cedar steht da jetzt ohne Sieg. Ähm, ja, da wird's auf jeden Fall spannend sein, ob Sabarion sich so ein bisschen vom Keller absetzen kann oder ob Cedar dann diesmal vielleicht den Schicksal ins Auge sehen muss und letzter werden muss. Ja, oder ob Cedar halt so einen Befreiungsschlag landen kann. Ja. Und endlich mal den Weg aus dem Keller findet. Mir wird langsam mal Zeit. Genau, und dasselbe gilt auch für Wolle, by the way, der auch jetzt mit 0-2 da steht im Cedar. Und ja. Steht noch jemand, Karo auch, ne? Ja, Karo auch. Karo gegen Leafstorm ist vor allem auch relativ interessant, da beide ja deutlich höher geschätzt werden als im Vergleich zu dem, wie sie jetzt Stand jetzt abliefern, so. Leafstorm ja irgendwie mit Abstand der Liga-3-Favoriten sollte ja eventuell auch Liga-2 kommen. Jetzt liefert dann Liga-3 gar nicht mal so sehr ab, Karo. Letzte Seasons immer solide, diese Season schwächelt er. Ja. Kann man gespannt sein, wer sich da ein bisschen rettet so aus der Formkrise. Ja, ich auch. Und zwei spannendsten Matches sind halt, denke ich, trotzdem MyTendo gegen Link und Stefan gegen Seoro. Halt einfach, weil alle, glaube ich, 2-0 stehen. Ähm, Seoro steht 1-1. Der hat letzte Woche, was wird hier aus, gegen MyTendo verloren. Ja, deswegen steht MyTendo 2-0, der ein bisschen überrascht hat damit, aber ja. Ja, das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet gehabt. Ähm, somit ist halt MyTendo gegen Link, Lohian. Ähm, ist nicht Erster gegen Zweiter, weil Richard, glaube ich, weiter vorne ist. Ja, sollte er, also Long ist auf jeden Fall, Link ist Erster. Ja, Link ist Erster und Richard, glaube ich, Zweiter. Nee, Link und Richard sind zu Spieltag 3. Statt jetzt sind sie beide Differenz gleich, sollten sie sagen. Ah, okay. Ja, ich bin sehr informiert über die Liga. Ja, du siehst es ja hier. Die haben 5-0 und 4-0 beide jeweils immer versetzt gespielt. Ähm, ja. Scheide gegen Wolle kann ich mir noch lustig vorstellen, weil Wolle jetzt in letzter Zeit, äh, ja, durch seine Low-Tiers ein bisschen begeistert hat. Auch wenn's jetzt, äh, punktetechnisch nicht so geklappt hat, aber er konnte ein bisschen, äh, dadurch performen. Aber, wie heißt der gute, äh, der gute Scheide hingegen hat durch einfach starke High-Tiers und keine kranke Pfeb, sag ich mal. Weil, was das halt nicht erfordert mit dem Kader, konnte er gut performen. Und da bin ich mal gespannt, ob am Ende die Kreativität und die coolen Ones siegen oder die, hey, ich packe Teleport drauf und habe uncoole Ones, wenn man so sagen will. Ja. Und was da am Ende sich durchsetzen wird. Ja, eben auch Zeta-Savarian halt einfach, äh, das ist auch sehr interessant, weil beide sich ja ein bisschen kennen so. Ja, ja, die haben ja auch beide mal gedacht. Team zusammen. Team, wo ich mitgespielt hab. APL, APL, ja. Beste Liga der Welt. Man, APL, wow, egal, anderes Thema, wir kommen vom Thema. Ja, wollen wir sonst direkt mal in den ersten Kampf springen? Ja, das lässt sich einrichten. Trommelwirbel, äh, was haben wir dabei? Richtig, äh, es lag hier bei mir so. Also, wir haben natürlich den Top-Kampf der Liga dabei. Es ist Long oder Link-Loyant, wie man den auch nennen mag. Ähm, mein Tendo. Richtig, die beiden treffen aufeinander. Ähm, der Sieger, der darf sich dann erstmal gemütlich auf Platz 1 machen, sofern Stefan nicht hoch genug gewinnt. Ja, ansonsten ist da Platz 1 angesagt, was auf jeden Fall ziemlich cool ist für denjenigen. Ähm, ja. Ja, was fällt direkt auf? Ähm, also was mir als erstes ins Auge fällt, ist, äh, ich schreib ja Tippschirr für die Liga auch, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, wo man grob das Matchup erwähnen will, so das Staraptor ist ein bisschen nervig, glaub ich, weil, äh, Cezor ist halt keiner Flying Resist und der sieht schon relativ gut aus. Ja, also vielleicht für Steph Glyga oder so, kann praktisch sein. Ja, das seh ich auf jeden Fall. Dauer wird das Glyga doch nicht machen, oder? Äh, auf Dauer, ne, Glyga kommt auf keinen Fall auf Dauer rein, der muss immer roosten und auf Roost kommt halt, ach, so viel Panic Glyga jetzt auch. Ich glaube, dass das Staraptor über 50 macht, gegen Glyga. Ja, glaub ich aber auch, ich seh's, kann's mir grad beim Besten, kommt nicht, ja. Und die kriegt er auf jeden Fall raus, es not als Bounce, der die zurück. Was ich interessant finde, ist, dass hier Link als zweites Mon sich gedacht hat, mein Sneebel, das packe ich ein. Äh, weil, äh, ja, die Sache ist, dass Dieter steht mega Cezor und ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt was Pursuit trappen wollte. Vielleicht wollte er Victini unbedingt trappen, das seh ich. Aber, ja. Ja, also Sneebel gegen Megas, das ist halt natürlich ein bisschen schwierig. Ja, der macht dem halt gar nichts, aber vielleicht war's wirklich zum Pursuit trappen oder besser. Der ist ja halt von Joel Turnout speeded, aber der macht halt, ja, sonst kann der schon funktionieren. Bin sehr gespannt, ob der was reißen wird. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist Sengu. Weil, der kann gut Damage machen, aber hier stehen halt einfach Pellosand und Mowler. Mowler, Goated. Genau, und das ist halt ein bisschen Kacke für den, weil die den eigentlich sogar ziemlich gut tanken. Ja, es geht so, also... Mowler, bei Regenerator, Pello mit der Kolbe soll das auch ziemlich solide machen. Ja, also Sengu lebt halt davon so ein bisschen, dass der Gegner kein Ghost hat, dann wird Fassade gedrückt, dann wird was getötet, so. Und dass da jetzt, ich behaupte, aus eigenen Erfahrungen mit dem Mann, oder mit der Burg, besser gesagt, dass Pellosand ein ziemlich, ziemlich guter Ghost ist. Und, ja. Ja, also vor allem für den Preis, den er kostet, ne. Also, Leute, pickt euch mehr Pellosand, der ist broken. Ja, vor allem das, und ganz unabhängig davon, ich weiß nicht gut, wie gut sie lernen, worum auf den Rhein kommt, aber so eine Power-Up tut dann auch weh. Und ich frage mich halt so ein bisschen, was ist denn hier eigentlich der so Root-Check? Also, ich könnte mir vorstellen, dass Volcarona da ist. Ja, der hat Rockslaid, Rockslaid hat der. Ja, never mind, never mind. Ja, das hatte ich ja auch kurz gedacht, ist Volcarona dafür dabei, aber ob wir Spire-Type gegen Megasaison bringen oder Volcarona gegen Megasaison bringen, ist auf jeden Fall schlau. Und die Sache ist ja, die, ähm, ja, so Root-Rockslaid-Power-Whip, Darks Lariat, hittet eigentlich alles. Ich weiß nicht, warum du mit dem Darks Lariat brauchst, aber auf jeden Fall noch ein Juggler-Healing draufkommst, immer auf den Skull von Mowler rein. Kann auf jeden Fall. Ja, Volcarp sieht auch selben aus. Ja, weil dann Revenge ist plötzlich gleich ja nicht mehr, bist eh schneller als Volcarona, außer dass Volcarona ist irgendwie Funny Scarf. Was ich aber jetzt nicht so sehe, weil du halt eigentlich langlebig sein willst. Und Hintendo, auch in der Theorie, aber er hat keinen Rocks mit, aber in der Theorie sollte er doch eigentlich gute Röcker haben. Ähm, ich muss hier hier oben erstmal... Also, oh, Cliger, tut mir leid, ich hate dich zwar manchmal, aber dich jetzt am Match, um einfach zu übersehen, das wollte ich nicht. Äh, Cliger ist so ein Mon übrigens, ich kann das nie einschätzen, wie der auf die Mon's reinkommt. Ja, er hat noch Dratigan und so, ja, also da wird schon Boots Volcarona stehen, denke ich einfach mal. Cliger und Dratigan kriegen den so gut raus, Schackel. Weiß jetzt nicht. Äh, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Hatten wir immer auf Slow gestellt und auf Normal, auf Slow, oder? Ich glaube, wir haben wir Slow, bitte, ja. Ja, wir gucken uns das mal an. Das sieht aber gerade sehr langsam aus. Ich glaube, wir machen mal Normal rein. Ähm, so, wir sind Volcarona gegen Lickilicky und wir sehen direkt ein Newton-Set, was sehr interessant ist. Und die Tox-Pep auf Volcarona ist kein Rockslide, sondern Toxic. Wäre da so ein Save-Guts. Oh, das kommt direkt raus. Was ich noch sagen wollte, mein Tendo muss jetzt halt nicht mehr das Quiver-Set wirklich fürchten, weil Quiver U-Turn ist halt kein Place. Ja, ist halt treu, aber ich finde, dass die Prap da ein bisschen Toxic drücken, ist interessant, weil wenn der so Safeguard ist oder Sub-Quiver-Dance oder so, dann steht das Lickilicky. Ja, das finde ich auch sehr interessant. So Rockslide wäre, glaube ich, besser, aber, ja. Ja, oder auch so Toxic gegen, weil Lembrim kann ja mal auf Lickilicky reinkommen, so, aber man hat halt, ja, vielleicht hat man nicht an Safeguard gedacht, weil gegen Sub hat man ja an sich Toss. Und jetzt sehen wir auch, dass das gute Sneebel direkt auf den E-Fog reinkommt, also E-Fog-Liger und keine eigenen Rocks. Und man sieht direkt Double. Ja, ich finde den Double auf Volker-Rona. Ja, also man hat halt Sizzour-Prediction und man sieht auch Toxic auf dem Volker-Rona. Charge-Bim-Jolton ist cool. Ist halt ein bisschen blöd, dass der getroxt ist, weil es nicht genau, was er machen will. Der Shadow-Board, okay. Krieg ich den Drop. Charge-Bim. Macht halt kein Damage mit Shadow-Board. Charge-Bim-Wohl-Switch. Jetzt geht er auf den vorherigen Shadow-Board, die Great-Ferry. Wie wollten sie denn mit ihrem Set-Up den Momentum-Move? Ich weiß es nicht. Aber hier im Predicted gewinnt man tatsächlich die 50-50 und Nock war so ein bisschen free und man hat Rockslide. Ich weiß nicht ganz, was er damit prediktet hat. Aber weil... Ja, der droppt auch. Falls es so in die Wände... Ja, auf jeden Fall. Macht hier Sengu-Sengu-Sachen und hat tatsächlich den Geist besiegt, was bei dieser praktischen ist und wir sehen auch, dass das Starobter... Hat er tatsächlich keine Kolbe? Ja, und... Hat er keine Kolbe? Ja, Lefty. Er macht halt Sengu-Sachen, also kein Damage. Und sogar Body-Slam, nur wenn da ein Flame-Body-Burn kommt. Oder die Para, ist es bei von beiden ein bisschen riskant und jetzt trainen die wahrscheinlich einfach Toxic. Ja, Licklickige Tox ist, glaube ich, angenehm. Ja, das World Cup war, glaube ich, auch. Ja, kann nervig sein und das kann sehr gut sein für Megacissor, der eigentlich, bis auf das World Corona, was jetzt getoxet ist, eigentlich ziemlich gut aussieht, finde ich. Und man kriegt Sengu wieder voll. Das ist doch cool. Oh Gott, der ist... Der ist wie erwartet Bandit und warum man... Also ich nehme an, dass das Bandit-Damage und warum man nicht auf den CC dann noch in Glyga... Weil wie viel HP ist Glyga? Ja, man hätte, glaube ich, eindeutig Glyga gehen können. Aber ja, jetzt kriegt man immerhin wieder Momento mit Blitzer. Das hätten wir vielleicht erwähnen können, dass der vornherein ganz solide aussieht. Ja. Staraptor drückt einfach Brave Bird, Pam. Irgendwie bekomme ich Lust, mal Staraptor zu picken. Pam, nächster Kill. Das drückt auch Brave Bird. Jetzt kann er halt immer, sobald der reinkommt, Brave Bird was cool. Und Blitzer macht wieder ein Kill. Wenn man diese Blitzers die Work machen, ich möchte übrigens keinen jetzt mehr sehen, der lustig ist und ausrufe solchen Blitzer, wenn man schreibt. Das reicht. Ähm. Genau, okay, sehr unlucky mit nur zwei Hits von Axel. Ja. Nochmal. Das gab's Nibel. Das ist interessant. Warum man den scaven würde, ist anscheinend wirklich zum Trappen gewesen. Oder zum irgendwas ausbieten, was halt zu gefährden ist. Ich glaub, ich mach jetzt mal zum Late Game auf Slow. So, jetzt ist wohl Corona drin und jetzt kommt Mowler rein. Goat. Ähm, man geht hier auf Rocks. Ich versteh nicht ganz, warum. Fassade wäre immer der Play gewesen. Weil vielleicht denkt er, dass der Fistelf ist, aber selbst auch. Gott. Mowler, sie tun. Fassade wäre immer der Play gewesen. Da wird erstmal gewischt und getaktet wahrscheinlich. Jetzt ist halt irgendwo ein bisschen eine Fifty-Fifty, weil, na, was heißt Fifty-Fifty? Ja, okay, Blitzer stimmt. Wenn er halt noch die hätte, dann hätte Long jetzt ein großes Problem. Naja, dann wäre es sehr riskant, aber der Rockslide ist halt generell fraglich so ein bisschen, finde ich. Den Rockslide verstehe ich jetzt auch absolut nicht. Ich verstehe auch nicht. Er hat einfach so, als wäre es nichts. Ja, er kann, so gut, kann er eigentlich gehen und das Game beenden, wenn ich das richtig sehe. Und Blitzer ist jetzt leider wieder full live, weil Long muss tacken. Wäre ein mutiger Play gewesen. Wäre ein mutiger Play gewesen, aber jetzt kommt so Ruth und der tackt das einfach nochmal. Ähm, ja, Mola, du schaffst das hoffentlich irgendwie. Aber Powerwhip, oh, 69 Prozent, nice. Ähm, so, Mola stolte den Grass-Type aus, glaube ich, weil es Mola ist. jetzt Bull-Cup vielleicht auf den Text, ein bisschen mehr Setup wäre ganz praktisch, glaube ich. Oh, Death is gaffed. Ja, oder den letzten Spieltag hatte er den AV, das war auch ganz cool. weil ich sehe den Long-Steam nicht so, Mola kann sich halt nicht gegenrecarren, das heißt, er muss irgendwann einen Volk raus. Da könnte er Flame-Buddy triggern, da muss man Tendo aufpassen. Hoppla, danke dir, Bäumchen. Die Namen von meinen Tendo auch interessant, Y und A und jetzt kommt auf den Powerwhip Marvulk rein und es kommt der Flame-Buddy. Jungle-Healing kann das aber noch retten, weswegen ich The Root als Water-Switch eigentlich ziemlich cool finde, aber man sackt den ein und man jutert hier einfach, warum man hier nicht Fiery-Dance, weil das claimt eigentlich einen. Ich weiß nicht, ob ich einfach Blitzer seconder play gewinne. Blitzer gewinnt doch noch. Blitzer gewinnt doch noch gegen Volk und so. Er kann das doch gewinnen auf jeden Fall mit Blitzer und Sengu. Und jetzt zeigt er halt The Root misst jetzt aber die paar leider kein Jungle-Healing, wäre echt cool. Liquidation wird ja auch schön gespielt auf dem Mola, damit er nicht passiv ist. Macht er elf Prozent und der wird wieder weiter gewischt. Ja, Top Match entwickelt sich zum Stall. Oh, man sieht den Aqua Jet. Der ist relativ interessant, weil da muss Mola nicht mal tacken gegen das gute Blitzer, weil der killt den auch einfach mit Aqua Jet. Ziemlich cool auf jeden Fall. Leider kriegt Volk den Kill hier von Burn, keine weiteren Mola-Kills, solltest du aus deiner Liga kennen, dass Mola ein paar Kills claimt. Aqua Jet killt natürlich, Mola OP. Ach komm, du Hater. So, und jetzt alle Mola so ein Cleaner, absolute Chefsache. Kannst du mal kurz auf die Moves vom Senglo gehen? Warum denn keine? Wird noch Quick Attack drauf sein, aber statt für den Rockslide, Rockslide halt einfach nicht so, weil Fassade wäre ja immer besser gewesen. Ja, einfach SD, dann wäre es wahrscheinlich sein, wäre es für ihn der Ausgang. Jetzt macht man es mal sicher, es taggt hier Volk Corona. Wenn halt direkt Fassade gegen Volk Corona auf dem Mola Switch, dann hätte glaube ich Nintendo auch Ja, und jetzt ist das kein Geheimnis mehr, jetzt wird hier nochmal getactet. Stimmt der jetzt an Toxic? Ist das kein Mola? Ja, der Kill sollte hoffentlich an Mola gehen. Ja, und wir sehen hier einen Riesenroman im Chat, aber hauptsächlich besteht ja daran, dass die beiden sich einig sind. Das ist ein super Match, das ist doch immer schön, wenn so Matches so sportlich ausgehen und dann beide so sagen, hey, das war super von dir und das war auch super von dir und wir hatten beiden Spaß und das ist die Hauptsache, so soll doch Mond sein. War auch eigentlich relativ hexfrei, glaube ich, ja. Manche Plays haben wir jetzt nicht so ganz verstanden, warum man zum Beispiel Megasys einfach direkt gesackt hat gegen Staraptor und nicht schon mal gleichgegangen ist. Generell fände ich Rocks, glaube ich, gegen dieses gefährliche Staraptor auch besser, auch wenn der selber immer stimmt. und ich muss sagen, ja, dass halt aus The Root relativ wenig rausgeholt wurde, da war auf jeden Fall mehr drin, finde ich, in dem Match. wie gesagt, Endgame war ein bisschen komisch gespielt, der Anfang war komplett breit vorbei. Lickilickilied fand ich auch noch sehr interessant. Ja, Lickilickilied ist halt, also das Problem, was gegen manche Sachen ist, ist der vielleicht ein bisschen zu passiv, aber, ja, also halt vor allem im Lied, so, da kann ja zu vieles kommen. Ja, aber es ist immerhin halt so, da steht jetzt halt nichts, wo wirklich was so Lickilicki rausgehört, vielleicht will man da auch einfach rumbasichern, sehe ich schon, dass man einfach sicher ins Game kommen will. So, wenn du mit deinem Lied ist, wo du irgendwo Lickilick musst, eigentlich nicht unbedingt gegen was rausgehst, gegen Strapter, keiner taggen und so, und da sehe ich, dass man einfach so sich... Ja, ich fand es halt ein bisschen interessant, weil das ist ja eher ein bisschen unkonventionell und kann halt in der Theorie auch sauviel Momentum rausnehmen. Kann natürlich auch viel toxen, was auch wertvoll sein kann für MyTendo gegen Link. Also ich denke vor allem Toxic auf diesem Moeller ist er sehr wichtig gewesen. Ja, aber im Endeffekt merkt man halt auch einfach wieder, wer der Chef ist und das ist halt Moeller, der halt einfach komplett Bastard ist. Ja, schöner Endgame Clean, äh, schöner Cleaner, den man da gepickt hat. Pickt mehr Moeller, rate ich mal wieder an, gebe ich euch mal wieder den Rat für. Ähm, und... Ja, wollen wir zu den restlichen Ergebnissen gehen? Ja, das lässt sich doch tatsächlich einrichten. Also, ansonsten haben wir Sabarion schlägt Cedar mit einem 3 zu 0, Carmo schlägt vielleicht, wenn man schon überraschen, Diesto mit 4 zu 0, Shiny, äh, ja, kann man schon sagen, fertigt Wolle 5 zu 0 ab bei Tendo, wie eben gesehen, unterliegt dem jetzigen Tabellenführer Long knapp mit 1 zu 0 und Coro schafft es sich zurück nach vorne zu kämpfen mit einem 4 0 Sieg gegen Stefan, also gegen Richard, oder? Ja, ihr wisst, wie ich meine. Genau. Ähm, ja, was fällt dir auf? Mir fallen ein paar Dinge auf, und zwar, dass halt erstens Stefan seine Brum nicht halten konnte gegen Coro. Also, es waren halt zwei Games, die er gewonnen hat. Ja, Bledison pickt halt auch mal einen Korn. Ja, ist jetzt halt natürlich wieder ein bisschen ins Mittelfeld abgerutscht. Coro dafür weiter auf die höheren Plätze vorgerückt. Ähm, Cedar gegen Sabarion, das Replay habe ich gesehen, ich fand es sehr interessant, ich war teilweise sehr verwirrt. Ja, es sah halt lange so aus, als ob Cedar das eigentlich gewinnt. Plötzlich hat er Sabarion gewonnen, weil Scarf Heatrin am Ende, er hat es geschafft, mit seinem Ground-Reaken-Kader am Ende nicht gegen Exca zu verlieren. Und das ist ein geiler Typ, dieser Sabarion. Der geilste Ficker hier, ich meine was, das hast du geschrieben, das fand ich sehr lustig. Scheide gegen Wolle, ja, Wolle konnte dann im Endeffekt nichts gegen Nido-King machen, da fand ich es noch, hatte ich mir noch nicht rausgestrieben, sowas mache ich nicht, aber ich hatte es mir im Kopf verhalten, dass ich es ganz interessant fand, dass da Plächer Fahler mehrmals hart in Nido-King reinkam und Wolle ein bisschen Pech hatte, weil er ein, zwei Fireblasts gewisst hat. Aber das passiert auf jeden Fall und cool war vor allem den, hey, mega gelade, du kriegst jetzt einen Kill gegen das Zapdos und hey, ich bin Zapdos, ich bin Scarf, haha, das war auf jeden Fall ziemlich cool und leider war das Buzzword glaube ich auch Scarf und das hat man dann dumm mit Lid-Schleif gegen Nido-King gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass Buzzword von Sluttrife einfach 100 bekommt, weil Buzzword ist ein Chef, aber ja, nee, es war keine Kritte, kriegt einfach so hart, einfach 100 bekommen von Sluttrife, Buzzword okay, das klingt ausgedacht. Ja, dann, Karo gewinnt 14-0 gegen Leafstorm, das Match fand ich auch komisch. Ja, ich fand Lastyplot mega, Bro, das ist eine coole Sache, darf man nicht unterschätzen. Also, Terra an sich war auch cool, aber das, das wurde alles mega komisch ausgespielt von Leafstorm und irgendwie, abgesehen von Brox, war da glaube ich auch nicht viel gegen Zard Y. Ja, er hatte halt, also, war nicht der Schirm auf Kyurem, war da nicht was, das Replay ist jetzt halt schon ein bisschen her, aber. Ich weiß es nicht, also, und auch das Einzige, um Glisco zu breaken, war halt Kyurem. Ja, und dieses Terrakium-Set war halt gegen Glisco ausgelegt, was relativ cool war, aber. Ja, so, war halt doch schon sehr ausgedacht, weil der kam dann für stiff und lädt halt die Edge auf plus vier und, dass der allein schon drei Turns zum Sailor bekommen hat, ist schon viel zu viel. Ja, er hat aber auch einmal eine entscheidende Edge gemisst, aber, ja, und bei Stefan C. Ohre, muss man sagen, das war sehr lustig, weil, ähm, da sah es zwischenzeitlich aus, so, dass fucking Metang jetzt gewinnt, und, ja, wenn das im Endeffekt passiert, wäre das ziemlich traurig, aber für Richard. Ja, zum Glück ist es nicht passiert, für Stefan. Ja, kann er auf jeden Fall glücklich sein. Rest Nidoqueen. Ja, er ist jetzt auch zum Nidoqueen Gamer geworden, ist mir aufgefallen, äh, Poison Point über Schierfoss, Torn im Set noch, geil, 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 ähm, ja, und dann ansonsten habe ich mir noch sein Video angeschaut zu dem Kampf, weil er war ziemlich sauer auf Gloom, er hat, wollte ihn sofort trinken, er hat zum Beispiel eine Panik bekommen vor Gloom, das finde ich auch sehr lustig. Ja, aber Gloom ist echt kein schlechter Depick, so. Hm, ja. Ich kann unterschätzen. Äh, Shikinage, du wirst das nie hören, aber ich hab mal den Mega-Garados mit Gloom gecheckt, das was sehr viele Kills gemacht hat angeblich, aber egal. Boah, true. Ähm, ja, was gibt's noch viel mehr zu sagen? Ich denke, wir können auf die Tabelle eingehen. Auf die fertige Tabelle willst du tatsächlich eingehen? Ja, richtig vorlesen. Ja, du liest die vor, weil bei mir, ihr seht wahrscheinlich jetzt ein Video und eine aktuelle, aber das ist, gell, egal, lest vor. Auf Platz 1 haben wir Linklojan, der als einziger Teilnehmer 3 zu 0 steht jetzt, mit einer 10er-Differenz. Dann auf Platz 2 haben wir Shiny, der eine 9er-Differenz hat. Danach kommen auf Platz 3 Ceoro, Mein Tendo, Stefan und Sabarian, die alle 2 1 stehen und halt differenztechnisch unter Shiny sind. Mein Tendo und Stefan sind hier by the way komplett differenzgleich. Mein Tendo ist nur weiter vorne, wegen mehr Kills. Dann auf Platz 6, äh, nee, Platz 7 haben wir LeafStorm auf Platz 8 Karmo, auf Platz 9 Wolle und Platz 10 dann Cedar und Wolle und Cedar stehen 0 zu 3 mit einer minus 11er und minus 14er-Differenz. Ähm, ja, was fällt auf, halt, erstmal, LeafStorm ist irgendwo da unten ab rumdümpeln, was, äh, ziemlich trauerig ist für ihn und generell für die Leute, die alle auf ihn äh, getippt haben. Was ich fast noch ein bisschen trauriger finde, ist halt, dass Karmo und Wolle ebenfalls da unten sind. Ja, Wolle, äh, ja, Wolle, passiert mal, Wolle war jetzt nicht direkt ein Favorit, aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass Wolle absteigt. Ja, und mit 0-3 da rein starten, ist halt ein bisschen doof. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Zeda jetzt auch tatsächlich 0-3 rein startet, weil die Ambition gegen Sabahren zu gewinnen war, komisch ist bei ihm denn auch sonst meistens, ähm, groß und vor allem mit dem Matchup, fand ich es auf seiner Seite, ja, ähm, Sabahren halt ein kranker Ficker. Was ich auch hart finde, ist, dass Zeda tatsächlich jetzt nach drei Spieltagen mit genau vier Kills dasteht. Äh, ja, das ist tatsächlich ein bisschen, äh, unterwelthegend, aber, äh, ich hoffe einfach für ihn, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil Stefan ist auch gar nicht mehr so ein Fan von Zeda Mannschaft in Liga 3, hab ich so ein bisschen rausgehört, aber da hat er sich doch irgendwie, irgendwie durfte er dann trotzdem des neunten Platzes oder so letztes Season noch in der Liga bleiben und langsam sieht so aus, als wären da vielleicht andere Bäumchen äh, äh, besser aufgehoben tatsächlich, aber, ja. Ja, was ich auch noch interessant finde, ist, dass Sabahren jetzt mit 2 zu 1 steht und halt ja, auf dem unteren Tabellenfeld ist, aber er steht 2 zu 1 und die Hälfte der Liga steht 2 zu 1. Jo, der holt jetzt auf jeden Fall gut auf, ne? Ja, das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet gehabt, dass Sabahren so weit und seine Niederlage war, bis jetzt nur gegen Leafstorm, was auch fein ist. Ja, und ansonsten hat Cioro gut dabei, eigentlich, äh, Shiny macht sich gut, ähm, Jo, Link, äh, ja, das Link auf der 1 ist relativ cool, weil der selber von sich ein bisschen über, also er kriegt das ja mit, der hat immer auf sich selbst gestimmt und ich, eigentlich kann man das machen, aber, ja, wenn man dann auch wirklich Leistung dahinter zeigt und nicht einfach nur so auf sich selbst stimmt, ähm, dann ist das doch relativ cool, dann kannst du den Leuten zeigen, so, hey, ich glaub an mich und, äh, das guckt mich an, ich bin ja jetzt auch auf der 1 Startung mit 3 und rein und dafür, dass sein Kader auch ein bisschen unkonventionell ist, hat er das auf jeden Fall gut gemacht, finde ich bis jetzt, ja. Jo, ich auch. Ja, sollten wir auch von der 3 durch. Killliste anschauen jetzt? Killliste, das können wir gerne machen. Mh, ich weiß nicht, wie die bei dir aussieht, im Tor. Ja, also bei mir ist halt, bei mir ist halt, ähm, Nidoking, also bei mir ist, ähm, ja, ihr dürft bitte, falls ihr das so seht, ihr dürft den 2. Platz einfach ignorieren. Ähm, auf der 1 haben wir Nidoking, lass ich uns das vorlesen. Ja, lest du vor. Auf Platz 1 haben wir Nidoking mit 7 Kills, der hat am letzten, also diesen Spieltag gegen Cedar 4 Kills geholt Wolle gegen Wolle meine ich. Dann Kigli nach wie vor auf Platz 2 konnte sich halten, obwohl der Spieltag 3 nicht mitkam. Dann Heat schon auf Platz 2 vorgerückt von Sabarion. Dann auf Platz 2, oh mein Gott, das sind ja richtig viele Mons, Gelate Mega, Mega Blastoise und Mega Aerodactyl sind auch auf Platz 2 und danach kommen auf dem drittplatzierten, in dem Fall 7, Kyurem, Mega Zadwai und Mega Gardevoir. Ja. Das bleibt irgendwie weiter ein Trend von der Liga, dass die Top-Killer irgendwie keine Kills haben. Oder so, wenn Kigli da mit einem Einsatz 5 Kills immer noch nach 3 Spieltagen auf der 2 ist. Ja, also nach 3 Spieltagen 7 Kills ist okay. Ja, also man muss dazu sagen, dass das Nidoking nur 2 Einsätze für die 7 Kills gebraucht hat, aber dass das jetzt auch einfach so für die 1 der Killingliste reicht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Auch nicht. Das finde ich sehr überrascht. Also bei uns hat nach 2 Spieltagen das XK Drill mehr und ja. Ja, das ist ungefähr, das war auch ein bisschen sehr lucky für das XK. Wer hat jetzt 6 Kills gegen XK? Eventuell hat bei uns auch Mega King ja egal, aber trotzdem eventuell hat er auch Mega King schon 12, aber das ist auch ein anderes Thema. Das ist nächster Podcast. Ja, gut. Oh, warte, wir dürfen da reparieren. Egal. Ja, was fällt sonst noch auf? Sonst sieht man halt so, man sieht ganz Slowking, Nidoqueen und so, die sammeln so ein paar 7-4 Kills. Mir fällt da halt Nidoqueen direkt ins Auge als großer Fan hat so seine 3 Kills. Ansonsten haben wir Monson mit Taddo, die ersten bei Taddo und die ersten leider einmal mitfahren wie Victini Gengar mit 3 Kills. Und ja, meistens auch sonst so, ich nenn's mal One-Hit-Wonder, kann man doch so schön sagen, so Monson Mega Gelate oder SatWide, ja man, hat einem Spieltag 4 Kills gemacht oder Mega Ero, konnten da hier eine große Show hinlegen und bis jetzt auch nicht, weil wirklich viel mehr. Äh, ja. Ja, wie gesagt, das einzig überraschende, denke ich, vielleicht auch Mega Blast, Toys, den sieht man auch nicht allzu häufig. Na, der ist schon offensiv stark, den sieht man halt nur nicht so häufig, weil man den nicht pickt. In der Kill-Liste weit oben vertreten sieht man den nicht so häufig und Kickli halt nach wie vor. Ja, ich find auch schön, dass Mega Garduwar Constant Kills macht, bin ein großer Mega Garduwar-Fan. Ja, Mega Garduwar ist übel cool. Cool, nicht unbedingt oder erbroken. Aber, ja, das war tatsächlich die Katagami-Konferenz. Ganz genau. Ich kann gespannt sein, wie es nächste Woche, was der gute Akuma und Quecks nächste Woche zu dieser spannenden Tabellen-Situation sagen werden. Aber, ja, bin mal gespannt drauf, ähm, wie sich die Kill-Liste gemacht, ob da mal Mons auf die Idee kommen, mal richtig viele Kills zu machen oder ob es weiterhin so bleibt. Ich will nicht am Ende der Season-Kickli noch auf der 2 mit 5 Kills sehen. Ähm, ja, machen wir dann einfach weiter. Wir haben mitgebracht die Mosquito-Konferenz, der W.O.B.L. Bust-Wild, by the way, broken, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Alles klar, wir haben Megalogog EX gegen den Keller-Colors, ähm, Anton gegen Philipp, Toet gegen Baumi, Quacks gegen Argyl und Akumu gegen Gremlins. Was fällt dir auf hin? Was fällt mir direkt auf, dass, ähm, ja, ich hab das spannendste Duell so ein bisschen, also was ich am interessantesten finde, ist Toet gegen Bäumchen. Bäumchen überraschend negativ gestartet, für manche vielleicht Toet überraschend positiv gestartet und, ähm, vor allem bin ich schon mal gespannt, wie das Toet am Ende der Kampf gegen das Bäumchen angehen wird. Vor allem, weil ich mitbekommen hab auf einem anderen Server, wird das Bäumchen auch von Toet als der Gott betitelt, aber, ja, da kann man auf jeden Fall, ähm, bin ich gespannt, äh, wie Toet sich dagegen seinen vorgesetzt, wenn man so will, macht, Bäumchen, die mich goatet, äh, so, alles noch so, was, irgendwie sind irgendwie die Partien nicht so, weil Philipp gegen Anton, da sind halt zwei, die schon lange bei der WCP dabei sind. Oh, wir haben Besuch bekommen. Oh Gott, habt ihr mich erschreckt, und ich hab, wir reden gerade über euch, wo es jetzt zur Toilette geht. Äh, hallo, wir haben Special Guests aus Liga 4 und eventuell habe ich den Streamer-Modus an auf Discord und ich sehe plötzlich andere Menschen hier im Voice, aber, ha, ähm, ja, wollt ihr vielleicht über die Match-Ups reden von Spieltag 3 der Liga 4, was findet ihr da so interessant? Wir haben, Überraschung, wir haben Quecks und Toilette dabei. Ich werde eigentlich nur noch einen Weg zur Toilette fragen. Äh, ja, der ist in meinem Haus im linken Westflügel. Ja, danke. Okay, ich weiß nicht was. Der Weg zur Toilette ist im Game zwischen Bäumchen und mir, ciao. Hilfe, was wollten die von uns? Scheiß Trolle. Ich hab mich extrem erschrockt. Wir wurden, wir wurden extrem aus dem Konzept geworfen. Ja, Toilette gegen Bäumchen ist eine Toilette, wurden wir schon ein bisschen angeteasert. Ja, wollten leider jetzt nichts dazu sagen, Megalogok gegen Keller ist halt so eine Sache. Ähm, ja, vielleicht kommt, ja, vielleicht kann Keller weiter oben angreifen, wenn er jetzt 2-1 stehen würde oder Megalogok schafft das tatsächlich dann, ähm, seinen ersten Sieg einzufahren, aber so wie wir Megalogok hätten, ähm, irgendwie machen den Niederlagen nicht so viel aus. Der spielt halt seine Matches. Algül gegen Quex ist dann auch spannend, ob Algül, ähm, positiv gehen wird oder ob, ähm, Quex tatsächlich einen perfekten Start gelingt und dasselbe gilt halt auch für Akumu, äh, ob Gremlins am Ende positiv geht. Scheiß die Akamu. Äh, egal. Äh, ob der am Ende positiv gehen wird oder, wie heißt der gute Mann, ähm, oder Akumu, ob der 3-0 gehen wird oder Gremlins positiv gehen wird. So, ähm, ja, findest du noch, irgendwie, ja, also, es ist jetzt so, die absoluten Banger-Matches sind jetzt nicht. So, letztes Mittag hat man so Akumu gegen Bäumchen so ein bisschen und dann hatte man noch so Chat gegen Megalogog, das war ganz cool, so, wenn man die beiden ein bisschen kennt. Aber, ja, irgendwie, die Banger-Matches sind es nicht. Äh, also, wie gesagt, ich denke jetzt so, mein Highlight wäre vielleicht, äh, Megalogog gegen Keller-Koloss, weil das sind halt einfach so zwei Leute, die feiert man. Feiert man, feiert man. Ähm, Johan, Vielleicht noch ein Highlight gegen Baumi, weil Tuedt ja jetzt 2-0 steht und Baumi 0-2 und es halt für beide wichtig ist zu gewinnen, für Tuedt halt um oben anzuknüpfen und für Baumi um endlich, äh, ja, nicht in den Abstiegskampf zu kommen. Und da gehört er nicht hin. Free Baumi. Egal. Ähm, was auch nicht hingehört ist, dass wir noch im Dock sind. Ach, Scheiß, Überleid. Egal. Wir machen weiter mit dem Replay. Äh, ups. Oh, ich bin behindert. Egal. Ähm, wir haben den 2-0 stehenden Quecks und den 1-1 stehenden Agül 1-2-3. Äh, komm, wir schauen uns das von vorne an. Dann sehen wir Sindraise und Zapdos und Unicles, die Kumpelblase. Ähm, das ist doch cooler. Äh, ja, das haben wir mitgebracht, das Match. Wir fanden keinen Match da wirklich spannender. Da muss ich mal Mecker und Liga 4 geben. Spielt spannender. Ähm. Er will einen Schneedock für ihn dann nächstes Mal hab ich gehört. Jo, das ist dann dabei. Ähm, ja, wobei, nächste Woche könnt ihr wieder langweilige Matches liefern, also Spieltag 4, weil dann über den Warmer anderer. Spieltag 5 will ich dann wieder Power sehen von euch. Egal. Ja, was fällt dir so auf? Ja, wieder mit, äh, neuer Energie für das Podcast Team. Was fällt dir so auf? Ähm, Matchup? Zwölf Stunden aufnimmt, bevor der Podcast auf YouTube kommt. Ups. Ähm, ja, mir fällt auf, Ace kann cool aussehen, da ist halt Qion, der nervt. Qion ist der gute Matchup, finde ich. Also Zapdos kann halt abhacken so. Ja, Zapdos ist halt genervend, ist halt nervig, wenn du den halt scrolltest. Da steht der Goldkind, der macht dem nix, ich musste heute selber erst in PP, Stalking Q, und Spiel war nicht angenehm. und dann steht da, ja, Zapdos scrollt, dass du halt... Ich glaube auch, dass der Regenerator kommt gegen Medi, weil... Du willst halt, du willst halt nicht immer, ähm, recovern müssen, um dann, äh, wie, was wollte ich sagen, um dann am Ende Pursue-Trap zu werden noch von Mark, auch wenn ich selber eine Kale gesagt habe, ein bisschen gegen A-Mark, der Pursue-Trap den gar nicht so leicht, da muss der sich schon anstrengern, muss der schon battle-ballern oder so. Ja, Goldkind ist auch noch sehr cool, so gegen Coco wahrscheinlich. Ja, ist lustig, kann... Ich weiß nicht, wie viele vom Dazzling-Clean bekommen. Okay, auch ordentlich, wenn es ein offensives Coco ist, aber offensives Coco, kein Set, ich sag's hier, wie es ist, ähm, aber gegen Coco steht auch noch Steelix, insofern. Wahrscheinlich ist Goldkind gegen Alola Reitsch dabei, weil sie ja bereits zehn Kills hat. Ja, ähm, sonst Coco an sich sieht auch echt stark aus, glaube ich. Nein. vor allem offensives, denke ich, sieht hier gut aus, so mit Real-Tags, bewusst vielleicht. Nö. Da muss ich das Podcast-Team mal wieder sprechen, da steht ein Steelix, der Mauer, den... Der kriegt, der kriegt, ich hab ein Steelix, kriegt von so Specs, Grease, und 40 maximal. Dann musst du das immer predikten. Dann könnte auch mal irgendwie Rio, die kommen, auch wenn der Helmut sein wird, gegen Medi. Ähm, ich... Ähm... Na, was ist... Na, irgendwie sieht bei Agro auch nichts so wirklich geil aus, finde ich. Ich finde... Irgendwie generell nichts geil aus. Golog sieht halt broken aus. Ja, das ist halt normal, ne? Deutsche Meistersteller. Oder ist halt Golog, ne? So. Ähm, ja. Und sonst, ähm... sieht auch nichts wirklich so super krass aus. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden ihre Mons ausspielen werden. Wer sich hier den, äh, Sieg erspielen kann, durch seine strategischen Meisterleiter. Komm, einfach mal go! Äh, ich schreib dir bereits Golog in den Chat, und wir sind wenig in Memo umsied. Ähm... Ja, Scarf muss Medi eigentlich keine Angst haben. Und ich mach mal auf Slow, merke ich grad. So. Ähm, vom Scarf muss Medi eigentlich keine Angst haben, weil Scarf Memo sollte kein Medi killen, tatsächlich. Hm? Weiß ich jetzt schon nicht. Also, wenn der so Ediment geht, Ediment IQ bellert schon. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Oh, das macht man gut. Ja, anscheinend. Sonst, äh... Ja, aber man doubelt dann direkt raus auf das Medi. Äh, auf das... Ja, doch, auf das Medi in Memo, weil das, ey, mag obvious ist. Und hier bleibt man auch mutig drin. Also, Argy legt hier direkt zum Beginn einfach mal die Eier auf den Tisch. Knockt das Q. Ja, und die Argy taugt, was wesentlich angenehmer ist, als ein Skull. Argy kann jetzt hoffentlich, äh, kann jetzt hoffen, dass das, äh, wie heißt das? Äh, nicht Rest Q ist, wegen der Lefties und die da zu locken. Und wir sehen Charge. Das ist sehr interessant. Das ist ziemlich cool. Und dann macht der Hurricane auf bloß eins gegen die Savi, Amak, ordentlich Schaden, Helmet auch noch, und plötzlich ist Amak gebraint. die Frage ist jetzt für den Hurricane oder Roosten, denn er roostet, er roostet by the way, die Frage ist halt wegen Poison. Touch, na. Ja, das Goldburn bei the way finde ich sehr angenehm, weil du kommst dann halt immer auf die, ähm, du kommst dann immer auf Qn rein, musst du keine Angst haben. Und jetzt ist Golag drin und den will man anscheinend einfach dem Chip mitgeben und killt auch einfach. Ja, der holt das dann Kill, aber der ist jetzt bei weitem nicht mehr so gefährlich, wie der anfangs aussah, weil der halt gechippt ist, nicht mehr so viel lebt. Jetzt muss man, wenn er dann noch auf Riori und Steelix reinkommen. Jetzt muss man ein Blissey second, weil Qn an zwei EQs dieht und scheinbar vom Damage her ist das nicht irgendwie Speedy Qn, was schneller ist, als Memo, was cool wäre. Ja, das Memo sieht sehr stark aus. Und vor allem Memo und Ace überlasten den ein bisschen zusammen. Hier bleibt man einfach weiter drin auf den Rest. Das ist sehr belastend für Argyl, aber... Vor allem, weil Zapdos jetzt gefallen ist, was machen wir denn jetzt gegen Qn? 69% und wieder. Ja, er will wahrscheinlich einfach Momentum... Das ist interessant, kein Sleep Talk. Und er kriegt jetzt nochmal ein EQ... ein Icicle Spear. Ein Icicle Spear finde ich interessant. Eventuell weiß ich das aus den Teambuildings, dass da eventuell ein Kingshawk drauf war, aber das ist egal. Und... da probiert man den und da probiert man den eventuell zu flinchen, damit der kein Rest mehr rauskommt. Und jetzt kommt Sinterface rein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die letzte Option gegen den, weil es offensichtlich kein Setup Reuni ist. Man hat kein Sleep Talk, man Superfakt nochmal. Ähm... Ja. So, man ist jetzt... Jetzt ist halt die 50-50 irgendwo so. Ähm... Oder HLK oder irgendwas, was halt das Qn killt entweder. Aber da könnte halt Goalek kommen. Oder das Problem ist halt, was wollte ich sagen, richtig, dass du... Ähm... Dass Quacks eigentlich jetzt nicht weiter resten kann, weil Thorn-Superfank ist ziemlich obvious. Ähm... Quacks macht das auch gut. Oh. Ich meine zu behaupten bei Qn nicht den höchsten Spenden. Der hat schon gemattert, glaube ich. Jede Woche wird mein Lieber... Er hat auch nichts mehr am Goalek, Tootspeed und Medi. Ähm... Ja... Das ist extrem dumm. Anders hätte er das wahrscheinlich mit Rioni gewinnen können. Ist es auch Regenerator Rioni, was man auch schon gesehen hat vom HP, die es zurückbekommen hat. Ähm... Ähm... Ist immer noch ein Steel X. Ich bin ein Grolex-Spieler. Ähm... Oh, der ist tatsächlich immerhin schneller und Sea King hat einen Kill. Besserer Nido King. Ja... Ist immerhin etwas... Aber es kann noch... Kann er es noch gewinnen eventuell durch Coco? Ähm... Es kommt drauf an, ob es Coco-Set hat. Coco... Coco hat kein Terrain. Wenge Rescuen, weil Rescuen wahrscheinlich zu... äh... zu wichtig war in dem Match-Up. Und... Goll King hat Drill Run... Oh, äh... Goll King. Das bringt halt nicht viel, weil der zu wenig macht. Coco kann jetzt zu einem Notfall schlusten. Oh, das vermutlich... Der... Ähm... Wenn er weiter nicht schlustet, dann könnte Goll King sogar das Rioni Run gewinnen. Jetzt geht er auf. Und dann geht er auch noch aus. Jetzt komm. Hellbit Damage? Jetzt ist er Drill Run-Range, das Coco. Mhm. Und... Wo ist... Äh... nur noch an Rioni sterben, damit Agil gewinnt, aber ich denke nicht, dass er Psy-Shock killt. Ja. Das ist ein Steuermeld. Jetzt kriegt Psy-Shock eigentlich einen Kill. Er hat aber noch Rocks... Och Gott. Und der Winch. Ja, das ist an der... Ich denke, Psy-Shock hätte nämlich doch gekillt. Ja, Psy-Shock weiß ich nicht, ob das schon gekillt, aber es wäre halt auf jeden... Jetzt wäre er noch mehr Helmet Damage. Dolking noch Aquajet oder so. Ja, das war auf jeden Fall dumm. Und so, ähm... Hat er B... Und so hat Mega-Medi da seinen Spaß und tötet diesen Fisch einfach. Das ist extrem unlucky für Agil. For uns kann schon kompetitiv sein, sage ich da. War... Ja, keine Ahnung. Manchmal ist es schon dumm, wenn man dann so sein und man es findet, dass Cinderace war ja auch komplett dumm und dann auch ein volles Ace wäre, je nachdem, ob da eine Prio auf Medi ist oder dann vor allem... Vor allem kann man den Go-Lug besser revengen und muss sich einfach Steelix noch sacken dazu. Und... Ja. Ja, Cinderace wird noch echt gut ausgesehen. Naja. Äh, macht mir nix. Agil, als so ein bisschen CP-Anfänger, wie ich das mitbekommen hab. Ja, bleibt einfach dran. Oder so. Und... Naja, keine Ahnung. Ich hatte aber gute Ansätze, zum Beispiel Chartspielzapp, das war sehr cool. Ja, dazu gab es nächste Woche mehr. Ähm... Und ich find halt... Ja, dass man so Goldking bringt und so. Goldking auch. Klang. Ja, waren auf jeden Fall gute Sits dabei. Superfang auch. Auf den Torn... Nee, auf den Obvious-Torn angreifen und nicht. Rusten war auch gut. Ähm... Ja. Wollen wir einen Blick auf... Die Tabelle werfen. Äh... Auf die anderen Ergebnisse. So war das gemeint. Ähm... Ja. Wir sehen erst mal, ähm... Keller-Koloss. Ähm... Der sich deutlich gegen Mega-Logok durchsetzt. Und... Ähm... Ja, das ist ein bisschen schade für Mega-Logok, der jetzt die dritte Niederlage hat. Wir sehen Anton, der weiter siegen kann. Jetzt sogar deutlicher gegen Philipp, der auch immer noch keinen Sieg hat. Ähm... Dann sehen wir eine 3-0... Ein 3-0-Sieg für das Bäumchen. Also die erste Niederlage tatsächlich auch für Touette. Und... Der erste Sieg für Dormi. Richtig. Wichtiger auf für das Bäumchen. Dann sehen wir Quecks, der weiterhin, ähm... Äh... 3-0 steht jetzt. Und auch Argyl, der leider negativ steht. Und Grumlins, der jetzt auch nach seinem Auftakt negativ steht. Ähm... Und... Ja, was lässt sich dazu noch sagen, dass Akubo und Quecks ein bisschen langsam mit sich jetzt herabsetzen? Ja... Ähm... Ja... Ich hab... Ich hab halt da viele Menschen auch nicht gesehen. Also ich hab halt Baumi gegen Touette noch geschaut, gehabt, und Quecks gegen Argyl. und die anderen hab ich halt leider nicht mal gesehen. Da haben wir leider schon vorhin mit Podcasts angefangen. Ich bin halt sehr gut vorbereitet auf den Podcasts. Ja, deswegen... Weiß nicht. Wie gesagt, Baumi gegen war sehr interessant. Akubo auch sehr schön, dass er 3-0 gehen kann. Ja, dass er da seine Favoritenrolle... Es ist ja schade, dass er 0-3 steht jetzt. Ja, aber immerhin geht's Anton ein bisschen besser. Ich muss sagen, ich hab den Kampf jetzt auch nicht so krank verfolgt. Ich fand bei Keller Koloss gegen Megalorok fand ich Rest, Sleep, Tuck, Set es Lila fand ich noch ziemlich lustig. War dann im Endeffekt nicht so praktisch und der Snape dann weiter auf die SD-T. Ja. Lass uns doch lieber über die Tabelle reden. Ja, wir hacken Liga 4 mal so ab. Es tut mir leid. Ja, solltest du auch bei mir ist die Auf Platz 1 stehen genau zwei Leute, denn die haben nämlich die genau gleiche Angelegenheit. Immer diese Mods. Und Tode obviously, nämlich sind das Quacks und Akkomo, Überraschung. Die stehen mit einer 10er-Differenz jeweils da. Dann auf Platz 3 steht Thread, der 2-1 steht. Und danach kommen noch Keller Koloss und Anton, die ebenfalls 2-1 stehen mit 2 mal einer 4er-Differenz und einer 3er-Differenz. Dann kommen Argyl, Baumi, Gremlins, die 3-1 stehen und danach auf Platz 9 und 10 Philipp und Megalogo EX, die jeweils 0-3 stehen. Und hier weiß es die gute Nachricht. Die gute Nachricht an euch beide, ihr könnt nicht mehr absteigen. Ihr seid schon am Ende angekommen. Ja, was muss man. Ich würde ein bisschen überraschen, dass Quacks jetzt wirklich 3-0 da steht, hätte ich nicht unbedingt gesehen. Aber kann man machen. Bäumchen finde ich schön, dass er jetzt wieder ein bisschen aufholt. Ja, ich auch. Ich auch fehlen, dass er auch jetzt weitergewinnen kann. Dann Anton, dass der 2-1 steht, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, schön, dass der Lackner ewig Zeit, nachdem er Season 3 mehr noch um den Titel Konkurrenz gemacht hat, dass er dann auch endlich mal anfängt, wieder zu er kann irgendwo, kann er ja schon okay Manns spielen, aber das hat er lang genug nicht gezeigt. Ja. Dann, ja, Akumo, der ebenfalls 3-0 in die Liga gestartet ist, finde ich jetzt nicht wirklich überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ja, eigentlich muss er das auch irgendwo vielleicht sogar, ja. Ja, dass 2-1 steht, überrascht mich auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich kannte 2-1 nur das erste Mal aus einer Little Cup Liga, da stand er ziemlich gut und dann, ansonsten, habe ich ihn halt mitbekommen aus einer Liga, wo er jetzt nicht wirklich so viele Kämpfe gemacht hat, deswegen konnte ich das einschätzen. Grüße an die HPL. Ja, ich habe nur sauberne Leistung gesehen und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Killliste, Killliste, oder was zur Tabelle noch? Liga 4, fühlt euch gedrückt von uns, ihr seid super. Ihr macht das alle und Megalogog, du holst doch deinen Sieg, ich glaube an dich, der Kader ist nämlich eigentlich Flames irgendwo, Mr. Stoy. Egal, ja, Killliste, du liest dir am besten vor, weil bei mir stehen da schon ein paar andere Sachen dran. Alles klar, auf Platz 1 ist immer noch das Alula-Rai-Chu von Quacks, das halt zweimal gefühlt alles getötet hat mit 10 Kills, dann auf Platz 2 sind Taunty und Heatran mit 6 Kills und auf Platz 3 sind Memo und Gran mit 5 Kills und erwähnt, wer das Mowler, der 4 Kills hat. Ja, das ist halt auch Ist das auch irgendwo erwartbar, dass Mowler dann irgendwann mit der Zeit einfach die Killliste für sich claimt? Ja, also das ist noch ein weiter Weg, also Iron Man hat schon 10 Killisten. Ja, der macht jetzt auch bald mal wieder 6, der wird einfach mal denkt, mal wieder so ein, keine Ahnung, mega gelade oder so, der drückt ruhig ab, der Gegner mit gezeigt hat, dann sweep Mowler, ihr habt den Tutorial, wie ihr euer Mowler 6 Kills macht, nein, Spaß beiseite, ähm, ja, Reicher Lola hat sich da jetzt erstmal festgesetzt, ich glaub, es ist keine Überraschung, wenn wir den am Ende der Season dann noch unter Top 10 sind. Ähm, Ja, ne, also der wird sich ganz bestimmt in den Top 10 bleiben. Ja, der wird bestimmt auch noch ein, einmal, sag ich, mindestens viele Kills holen in einem Game, sag ich mal. Ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn der nächsten Spieltag eins ist, mit seinen 10 Kills, hat er jetzt 4 Kills, Puffer gegenüber dem zweiten Platz, was halt huge ist in der Killiste. Ja, man kann auf jeden Fall noch sagen, man kann doch sagen, dass ganz cool ist, dass, äh, Kiorum jetzt, nachdem es zu meinem einen Kill hat, jetzt schon zwei Kills hat, also Bäumchen holt er konstant die Kills. Ähm, nachdem es, äh, das Bäumchen Kiorum Kills holt, ist auch so eine Sache. Es gab ja lange genug hier auf dem Server eine Debatte, wo es hieß, immer auf dem Bäumchen aus, Garf Kiorum, das ist OP. Ähm, ja, es ist tatsächlich gar nicht mal so sehr, ähm, Joa, ne, Memo hält sich da oben noch, hat wieder einen Kill, guck mal. Was ist? Äh, ich finde auch noch interessant, dass der Großteil der Monds, also vor allem in den Top 3 jetzt, ähm, einmal vier Kills geholt hat und sonst halt noch mal, ne, ja, dabei war und noch ein bisschen geworkt hat, sein Ding durchgezogen hat und jetzt halt Top 3 ist, das ist auf der 2-2-Halt-Deads dreimal eskaliert ist. Ja, äh, das war soweit von der Tabelle und Kill-Liste, ähm, ich wollte es ja eigentlich noch privat schreiben, wenn der Podcast aufgenommen hat, aber eventuell habe ich es auch ein bisschen verpeilt, dass wir eventuell Awards für diese, für diesen Spieltag nominieren müssen. Ähm, ich habe tatsächlich schon Award für mich festgelegt. Achso, das heißt gut, perfekt. Ähm, willst du ansonsten einfach mal anfangen? Ja, also, mein Award würde für diese Woche an das Graf Zapdos von Wolle gehen. Wolle? Der kriegt Awards, der kriegt Replays, der ist es einfach. Fühlt dich geehrt, Wolle. Ja, ich fand auch das Cosmic Power Methang sehr stark, vor allem, weil es halt Methang ist und Methang hat halt irgendwo einen Legenden-Status. Ja, Sie tragen Grüße an Megalogog. Ja, ähm, Methang war auch sehr cool, aber ich fand halt dadurch, dass das Zapdos auch wirklich so aufgegangen ist, wie man es geplant hat. Vielleicht nach dem Gelate kam nicht mehr so viel, aber nach dem Gelate ging auch dann alles in die Hose bei Wolle. Aber immer das Zapdos hat funktioniert und das fand ich sehr, sehr cool. Deswegen finde ich das, kriegt das, glaube ich, auch verdient den Award. Ähm, ja, ich hab mir tatsächlich auch einen Award rausgesucht und der geht auch aus, ist er tatsächlich aus dem selben Match und dieser geht an unserem Admin. Ich wurde dafür von ihm bezahlt, weil ich sonst gebant werde, nein, Spaß beiseite. Ähm, der geht an Stefan Eisenstuhl, der Award fürs Quidonin-Gamer-Set, weil er eingesehen hat, dass die Quidonin-Spieler im Jahre 2022 endlich von Sheer Force auf Poison auf Poison Point umsteigen sollten und man hat gesehen, es hat ordentlich geklappt, die Dukwin kann ziemlich cool sein, wenn er einfach Slidge Bomb Poisons bekommt und einfach deinen Monst tauntet und er einfach broken ist und dann auch gerestet und er hat ihn sozusagen den Hintern ein bisschen gerettet gegen das gute Meta-Set vom lieben Ceoro und öfter mal Poison Point spielen, weil die normale Poison ist broken Status move, das sollten wir alle langsam gelernt haben. Ja, das waren die Awards soweit. Glückwunsch glaube ich an Wolle, der schon wieder und wieder einsammelt für Stefan als erster, aber ihr werdet so eine Übersicht bestimmt sehen, habe ich mir mal angeschaut, Qurex macht da so eine ganz nette rein. Ja. Ja, Qurex macht das, der ist. Hatzler, Hatzler, Hatzler. Ähm, ja. Der ist halt einfach wie ein Waschbär, der zu viel trainiert. Waschbär? Eine Waschmaschine. Ja, und mit diesem schlechten Wort verabschieden wir uns lieber schnell. Alles klar, tschüss. Bis denn, haut rein, bis später, Peter, und nächste Woche mit neuen Matchen. Oh mein Gott.